In diesem Video erhältst du ein ausführliches BitGet App Tutorial. Wir schauen uns alle wichtigen Funktionen Schritt für Schritt an, sodass du am Ende des Videos diese Funktion beherrschen solltest. Ich würde jetzt noch kurz auf die Struktur des Videos eingehen und dann geht es auch schon direkt los. Was vielleicht noch kurz zu sagen ist, ich habe auch bereits eine Web-Anleitung gemacht. Das heißt, falls dir die App eher weniger zusagt, kannst du dir mal noch das Web-Tutorial anschauen. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten geht es jetzt auch schon auf die Struktur ein. Die Punkte, die ich dort nennen werde, sind noch unten in der Videobeschreibung als Timestamps verlinkt. Das heißt, falls du hier nur spezifische Sachen sehen möchtest, kannst du auch an die jeweilige Stelle springen und bist dadurch etwas effizienter unterwegs. Einfach mal unten in der Videobeschreibung reinschauen. Dort ist das Ganze verlinkt. Ansonsten starten wir auch schon mit der Struktur. Und zwar gucken wir uns erst mal an, wie du hier das Konto öffnest, dann das Ganze verifizierst, dann Geld einzahlst, mit dem eingezahlten Geld Krypto kaufen als auch verkaufen kannst, aber auch wie du deine Coins verschicken und empfangen kannst. Und zu guter Letzt natürlich noch, wie du auch wieder dein Geld am Ende auszahlst auf dein Bankkonto. Diese ganzen Punkte sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung als Timestamps verlinkt. Jetzt geht es aber auch schon direkt los mit dem ersten Punkt. Bevor wir starten, würde ich mich aber noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben erlässt. Falls es dir hier einen Mehrwert gibt und falls du hier bei BitGeld noch kein Konto hast, kannst du es auch kostenlos über den Link in der Videobeschreibung eröffnen. Dann sparst du hier dauerhaft 20% der Gebühren. Ansonsten gibt es den Bonus nicht. Kommen wir an der Stelle aber auch schon zu dem ersten Punkt und zwar der Kontoeröffnung. Hier kannst du dir die App einfach mal in deinem App Store herunterladen, öffnest die dann, dann sieht es ungefähr so oder so ähnlich aus. Also die zeigen dir ein paar Features. Du kannst aber auch einfach hier oben auf Überspringen klicken oder Jetzt ausprobieren klicken und dann landest du hier auch schon direkt auf der Startseite. Hier musst du natürlich erstmal deinen Account aufsetzen. Das heißt, du kannst einfach auf Registrieren klicken. Alternativ, falls du das hier nicht findest, kannst du auch einfach mal hier oben links auf dein Profil draufklicken. Spätestens dort sollte dann der Registrieren-Button zu finden sein. Dort dann angekommen, hier auf der Registrierungsseite, kannst du dich jetzt entweder mit deiner E-Mail-Adresse oder mit deiner Telefonnummer registrieren. Beides ist möglich. Falls du hier schon einen Account hast, kannst du auch einfach hier oben auf Anmelden klicken und dich mit deinen ganz normalen Kontodaten hier einloggen. Bei der Registrierung, wie gesagt, hier einfach dann die E-Mail eingeben, hier unten noch ein Passwort auswählen. Hier unten kannst du noch dieses Empfehlungscode-Feld öffnen, indem du da einfach mal draufklickst und dann auch hier diesen Code zum Beispiel eintragen, S1-EF8174. Dann bekommst du diesen 20%-Rabatt auch sicher. Ansonsten kann es sein, dass das Ganze nicht klappt. Und wenn das dann alles gemacht ist, klickst du nur noch hier unten auf Akzeptieren und dann auf Konto erstellen. Im nächsten Schritt musst du jetzt noch kurz bestätigen, dass du auch eine reale Person bist. Dementsprechend musst du jetzt hier noch diese Sicherheitsverifizierung machen. Das heißt, du musst einfach diese Bilder, die hier oben sind, in der richtigen Reihenfolge auf diesem Bild hier anklicken. Das heißt, 1, 2, 3 hier jeweils auswählen und dann auf OK klicken. Dann ist die erste Verifizierung auch schon erledigt. Als nächstes musst du jetzt noch deine E-Mail verifizieren oder auch deine Telefonnummer. Das heißt, du bekommst entweder, je nachdem wie du dich eben registriert hast, einen SMS-Code oder einen E-Mail-Code. Ich habe das Ganze jetzt mal über die E-Mail gemacht. Das heißt, du gehst dann einfach mal in dein Postfach rein und solltest schauen, ob da ein Code gekommen ist. Kann natürlich sein, dass die E-Mail nicht angekommen ist oder vielleicht im Junk-Mail-Ordner gelandet ist. Da dann einfach mal nachschauen. Falls, wie gesagt, nichts zu finden ist, kannst du auch hier, nachdem diese 60 Sekunden abgelaufen sind, noch mal auf Erneut senden draufklicken. Vielleicht kommt es dann beim zweiten oder beim dritten Mal an. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es teilweise nicht gleich beim ersten Mal geht. Genauso natürlich auch bei dem SMS-Code. Falls du die E-Mail dann gefunden hast, sieh die ungefähr so aus. Das heißt, du bekommst hier einen Code, der ist 10 Minuten gültig. Diesen Code gibst du dann einfach hier entsprechend ein, klickst auf Senden. Dann ist die E-Mail auch schon verifiziert. Im nächsten Schritt kannst du jetzt hier noch den Anmeldeprozess etwas beschleunigen, indem du dich in Zukunft zum Beispiel mit deinem Gesicht anmeldest oder mit deinem Finger usw. Je nachdem, was dein Handy hier eben anbietet. Das Ganze überspringen wir jetzt mal, da das hier sehr individuell ist. Aber das könntest du aktivieren. Dann kommst du eben in Zukunft zum Beispiel bei Apple mit der Face-ID viel schneller rein. Im nächsten Schritt ist das Konto dann auch schon eröffnet. Das heißt, du kommst dann hier einfach auf die ganz normale Startseite, bist auch schon eingeloggt hier oben in deinem Profil. Und was wir jetzt mal noch zuerst machen vor der Verifizierung, sind ein paar App-Einstellungen. Das heißt, ich zeige dir jetzt mal kurz, was du hier noch einstellen kannst, damit die App auch optimal für dich funktioniert. Das heißt, du kannst einfach mal hier oben auf dein Profil draufklicken. Und dann anschließend, wenn du hier angekommen bist, mal hier oben auf dieses kleine Rädchen hier draufklicken. Hier angekommen, würde ich als erstes mal auf Präferenzen draufklicken. Dort kannst du jetzt zum Beispiel deine Push-Einstellungen mal noch anpassen oder auch hier deaktivieren, dass die Werbe-E-Mails schicken. Also da klickst du einfach mal drauf und kannst dann hier das Ganze deaktivieren. Ansonsten spammen die dich komplett zu mit Werbemails. Also das ist teilweise echt schon penetrant. Wenn du dann wieder einen Schritt zurückgehst, kannst du hier dann noch als nächstes in die Systemeinstellungen reingehen und dort die Währung anpassen. Standardmäßig ist die auf US-Dollar. Du kannst es aber zum Beispiel hier noch auf Euro umstellen. Dann werden dir alle Werte auch in Euro noch umgerechnet. Nachdem das dann eingestellt ist, kannst du wieder zurückgehen, dann auf dein Profil hier draufklicken und dann hier mal noch auf die Sicherheitseinstellungen draufklicken. Dort hast du jetzt die Möglichkeit, noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel das Login-Passwort nochmal anzupassen. Dass du zum Beispiel sagst, du möchtest jetzt, wenn du dich per E-Mail registriert hast, noch deine Telefonnummer binden oder zum Beispiel auch hier den Google Authenticator als Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Also da gibt es auch nochmal einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier unten auch nochmal die Anmeldung mit der Gesichtserkennung oder zum Beispiel mit deinem Fingerprint, je nachdem, was dein Smartphone hier unterstützt. Das aber nur am Rande. Wir kommen an der Stelle jetzt auch schon zu dem wichtigen Part und zwar der Verifizierung. Diese ist gesetzlich vorgeschrieben, damit du hier auch Euro einzahlen kannst. Nennt sich KYC, also New York Customer und musst du bei allen großen Kryptobörsen oder auch wenn du zum Beispiel ein Aktiendepot oder Gero-Konto eröffnest, durchführen. Und wir machen das jetzt auch mal und zwar gehst du hier oben einfach wieder auf dein Profil drauf, wenn du auf der Startseite warst und klickst jetzt hier im Menü einfach auf Verifizieren. Anschließend landest du jetzt hier auf der Verifizierungsseite. Dort musst du jetzt zuallererst mal noch dein Land auswählen, in dem Fall als Deutscher Germany. Als nächstes dann noch, dass du wahrscheinlich hier dich als individuelle Person verifizieren möchtest. Falls du jetzt einen Unternehmensaccount eröffnen möchtest, würde es hier unten gehen, aber das trifft wahrscheinlich für 99% der Leute nicht zu. Dementsprechend hier das Ganze einfach per Haken auswählen. Dann siehst du auch schon, dass du auf der einen Seite zum Beispiel höhere Auszahlungslimits erhältst, dass du auch mit Fiat-Währungen, also sowas wie Euro, traden kannst und diese auch einzahlen kannst. Was du dafür brauchst, ist im Endeffekt einfach ein Ausweis von dir und noch später ein Foto, aber dazu gleich noch mehr. Das heißt, du klickst jetzt einfach hier auf Jetzt verifizieren und musst jetzt als nächstes auch noch direkt auswählen, welches Ausweisdokument du denn benutzen möchtest für diese Verifizierung. Die meisten Leute werden das wahrscheinlich am leichtesten mit dem Personalausweis machen. Nicht jeder hat einen Führerschein oder Reisepad, deswegen zeige ich das jetzt auch mal mit dem Personalausweis. Das heißt, wenn das für dich passt, klickst du einfach auf Weiter. Eine Sache, die vielleicht auch noch kurz relevant sein könnte, ist, falls das Ganze jetzt über den typischen Weg, den ich jetzt zeigen werde, nicht funktioniert, kannst du auch einfach hier oben mal auf die manuelle Verifizierung draufklicken und es darüber probieren, falls es nicht klappen sollte. Aber wie gesagt, normalerweise sollte das alles klappen. Dementsprechend zeige ich jetzt, wie gesagt, den ganz normalen Standardweg. Das heißt, wenn du hier das Ganze ausgewählt hast, klickst du auf Weiter und landest jetzt auch schon auf der nächsten Seite, wo du noch ein paar Angaben machen musst, zum Beispiel aus welchem Land du kommst, Vor- und Nachname und dann auch hier das Geburtsdatum. Das Ganze natürlich so ausfüllen, wie es auch auf deinem Ausweisdokument draufsteht, weil das am Ende natürlich dann geprüft wird, ob das auch alles stimmt. Wenn das gemacht ist, klickst du auf Weiter und kommst jetzt auch schon hier direkt zu dem Verifizierungsprozess. Das heißt, du musst jetzt noch Zugriff auf deine Kamera erlauben. Das heißt, du klickst hier auf Kamera aktivieren, gibst dem Ganzen dann hier noch, wie gesagt, den Zugriff, indem du dann einfach bei deinem Smartphone hier auf OK draufklickst und dann startet das Ganze auch schon, indem du jetzt deinen Ausweis fotografierst und zwar am Anfang die Vorderseite des Personalausweises. Das heißt, den legst du einfach hin, guckst, dass es natürlich gut belichtet ist und machst dann ein Bild von der Vorderseite, indem du dann hier einfach draufklickst. Nachdem das Ganze gemacht ist, zeigt er dir hier das Ganze dann an und du kannst dann entscheiden, ob das Foto für dich passt. Also du sollst gucken, dass das gut lesbar ist, keine Unschärfe hat und auch keine Spiegelungen. Dann klickst du auf Foto einreichen. Wenn du jetzt merkst, oh, das hat nicht ganz geklappt, kannst du auch nochmal hier Foto erneut aufnehmen machen und das Ganze nochmal erneut versuchen. Wenn es wie gesagt passt, klickst einfach auf Foto einreichen und dann kommst du auch schon zur Aufnahme der Rückseite. Das heißt, du drehst den Ausweis einfach rum, machst davon auch nochmal ein Bild und wenn es dann wieder passt für dich, klickst du auf Foto einreichen und dann kommst du auch schon zum letzten Schritt. Und zwar musst du jetzt noch ein Selfie machen. Das heißt, du musst einfach darauf achten, dass du direkt in deine Handykamera reinschaust. Also da kannst du die Frontkamera dann nutzen und solltest gucken, dass zum Beispiel auch keine Brille aufgesetzt ist, also dass man deine Augen gut sieht, keine Brille, auch keine Mütze oder sonstiges tragen, dass man einfach, wie gesagt, deinen Kopf gut sieht. Und wenn das dann alles vorgekehrt ist, kannst du hier auf Selfie machen draufklicken. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, du solltest einfach gucken, dass dein Gesicht hier in diesem Oval zu sehen ist. Wenn das passt, klickst einfach hier wieder auf Foto machen drauf. Bekommst dann als nächstes hier dann wieder das Ganze angezeigt. Wenn du merkst, okay, das passt, kannst du auf Foto hochladen klicken. Wenn du merkst, oh, da ist irgendwas nicht ganz 100% gelaufen, kannst du auch nochmal ein neues Foto aufnehmen. Und nachdem das dann abgeschlossen ist, werden auch schon die Daten dann entsprechend übermittelt. Das Ganze dauert dann irgendwo 1-3 Werktage. Kann ein bisschen schneller gehen, kann auch ein bisschen langsamer gehen. Aber in dem Zeitraum soll das spätestens erledigt sein. Und dann klickst du hier auf Ich verstehe und wartest einfach ab, bis die Verifizierung erledigt ist. Wenn du das Ganze prüfen möchtest, kannst du wieder auf der Startseite oben auf dieses kleine Profil drauf, sodass du dann hier auf dieser Seite wieder landest. Und dann kannst du hier auf Verifizieren auch nochmal draufklicken, um zu überprüfen, ob das Ganze schon erledigt ist. Nachdem die Verifizierung geklappt hat, können wir jetzt auch schon loslegen und Geld einzahlen. Das heißt, du gehst einfach in deine BitGet App rein, gehst dann hier unten im Menü einfach auf Assets, dann hier auf Spot und hast jetzt hier die Möglichkeit, deine Assets alle zu sehen. Du kannst auch hier die Suche benutzen, um einfach mal nach Euro zu suchen. Und wenn du das dann gefunden hast, an der Stelle hier, klickst du einfach auf den Euro drauf. Alternativ kannst du auch hier einfach auf Einzahlen draufklicken und landest dann hier auf der Euro-Seite, wo du jetzt hier unten auf Einzahlen klicken kannst. Und als nächstes hier auch schon direkt auf der Euro-Einzahlungsseite landest. Du siehst, Euro ist schon richtig ausgewählt. Du hast jetzt hier auch schon die SEPA-Banküberweisung angeboten. Die kostet auch keine Gebühren. Du hast ja auch die Möglichkeit, eine SEPA-Instant-Überweisung zu machen. Das heißt, wenn deine Bank Echtzeitüberweisungen unterstützt, dann ist das Geld auch innerhalb weniger Minuten da. Eine Minute stimmt nicht immer, aber nach spätestens 20 Minuten sollte das Geld normalerweise verfügbar sein. Außer da gibt es jetzt irgendwelche Probleme, dass du zum Beispiel zu große Beträge geschickt hast etc. Aber ansonsten, wie gesagt, startest du das Ganze, indem du hier einfach auf diesen Radio-Button draufklickst für die SEPA-Überweisung. Dann als nächstes auf Weiter und dann ist es so, dass als allererstes, wenn du das erste Mal hier eine Überweisung machen möchtest, jetzt hier noch ein paar Daten wichtig sind, die du angeben musst. Und zwar musst du zuallererst mal noch deine Telefonnummer verbinden. Das heißt, je nachdem, was du hier bei der Registrierung gewählt hast, entweder Rufnummer oder E-Mail, musst du dann entsprechend das andere hier noch sozusagen angeben. Das heißt, in meinem Fall jetzt, weil ich die E-Mail bei der Registrierung genutzt habe, muss jetzt hier noch meine Telefonnummer verbinden. Das heißt, du klickst dann hier einfach bei Telefonnummer auf Jetzt einstellen und landest dann hier schon auf der entsprechenden Seite, wo du das machen kannst. Das heißt, du wählst hier einfach für Deutschland die Plus 4, 9 aus als Vorwahl, musst dann entsprechend die 0 nicht mehr angeben und gibst dann hier einfach deine Handynummer an. Als nächstes klickst du dann hier auf Senden, sodass du eine SMS bekommst mit einem Code. Diesen Code kannst du dann entsprechend hier eingeben. Falls du jetzt zum Beispiel merkst, dass der Code nicht ankommen, kannst du auch hier nach 60 Sekunden nochmal auf Erneut senden draufklicken. Dann kommt sie vielleicht beim zweiten oder beim dritten Versuch spätestens an, die SMS und der Code wird dann einfach eingetragen, anschließend auf Senden geklickt und dann kommt als nächstes leider noch ein weiterer Schritt. Und zwar ist es so, dass dieses Bankgeschäft, diese SEPA-Überweisung über einen Drittanbieter im Hintergrund abläuft und der braucht auch nochmal deine KYC-Daten, also auch nochmal diese Verifizierung, damit du hier mit Euro arbeiten kannst. Das heißt, du musst jetzt leider hier für diese SEPA-Bankeinzahlung auch nochmal eine Verifizierung durchlaufen. Ich zeige das jetzt mal kurz hier über die Webseite, sieht aber über die App ganz genauso aus. Dementsprechend, wenn du jetzt hier dann, wie gesagt, wieder auf die Einzahlungsseite kommst, dann auf Weiter klickst, wird als nächstes, nachdem du hier das Telefon verbunden hast, dieses Pop-Up hier aufgehen, dass du hier noch deine Identität verifizieren musst, dass du auch über diesen Bankdienstleister die Einzahlung machen kannst. Das heißt, du klickst einfach hier auf Jetzt verifizieren und musst dann eben nochmal einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber nachdem du das alles eingerichtet hast, bist du dann auch in Zukunft komplett hier aufgestellt und hast dann keinen großen Aufwand mehr. Also die spätere Euro-Einzahlung ist wirklich sehr, sehr simpel, kann ich dir sagen. Das heißt, du musst jetzt hier im Endeffekt nochmal auswählen, welches Dokument du zur Verifizierung nutzen möchtest. Das heißt, du klickst hier drauf, gibst jetzt als nächstes hier wieder deine Daten an, also dein Vorname und Nachname, so wie es auch auf dem Ausweis draufsteht. Dann noch das Land wählen, dann noch deine Adresse hier unten eingeben. Diese sollte dieselbe sein, die auch hinten auf deinem Ausweis draufsteht, weil es später geprüft wird. Das heißt, wenn es dann hier auch noch eingegeben ist, also Stadt und deine Straße als auch Hausnummer, klickst du auf Jetzt verifizieren und musst jetzt als nächstes noch angeben, mit welchem Dokument du diese Verifizierung durchführen möchtest. Das heißt, du klickst hier auf Choose Dokument, wählst dann hier entweder deinen Reisepass aus oder deinen ganz normalen Personalausweis. Ich mache es jetzt mal über den Personalausweis. Was du natürlich noch machen solltest, ist hier oben dein Land auszuwählen, in dem Fall Deutschland jetzt bei mir. Als nächstes musst du jetzt genauso wie vorhin auch wieder einmal ein Bild von der Vorderseite deines Ausweises hochladen und dann auch von der Rückseite. Nachdem das gemacht ist, musst du jetzt auch wieder ein Selfie aufnehmen. Das heißt, du klickst hier dann auch wieder auf Continue, musst dann eventuell nochmal Zugriff auf deine Handykamera geben. Das heißt, da klickst du einfach auf Enable Kamera drauf und dann hast du wieder dieses ovale Bild, wo du im Endeffekt dein Gesicht positionieren musst. Du solltest natürlich wieder darauf achten, dass keine Kappe aufgesetzt ist und dass du auch keine Brille trägst und dann machst du ein ganz normales Selfie. Nachdem das gemacht ist, kannst du wieder auf Foto hochladen klicken und dann ist auch diese Verifizierung schon erledigt. Das heißt, die werden dann diese ganzen Daten prüfen. Das heißt, wenn du wieder auf der Euro-Einzahlungsseite dann landest und hier auf Weiter klickst, kann es am Anfang sein, wenn du das sofort auswählst, dass die sagen, okay, wir prüfen das noch kurz. Das dauert aber allerdings nicht besonders lang. Das heißt, nachdem das dann hier geprüft wurde und du das nach, keine Ahnung, einer Minute oder zwei Minuten hier dann nochmal anklickst mit Weiter, kommt dann in der Regel dieses Pop-Up hier, wo du jetzt nochmal das Ganze hier zustimmen musst und wenn das für dich passt, klickst du hier einfach auf Zustimmen und dann hier auf den Button. Dann wird hier im Hintergrund auch noch bei dem Drittanbieter ein Konto eröffnet, sodass du, wie gesagt, diese SEPA-Überweisung in Zukunft dann ganz normal machen kannst. Das heißt, hier siehst du schon, das Ganze dauert irgendwo auch nochmal eine Minute, klickst du auf Ich habe es verstanden und anschließend ist das tatsächlich dann auch schon erledigt. Also am Anfang schon ein bisschen höherer Aufwand, aber nachdem das eingerichtet ist, ist es wirklich kein großes Hexenwerk mehr. Du klickst dann, wie gesagt, weiter und landest dann, nachdem das alles verifiziert ist und aufgesetzt ist, hier als nächstes bei Schritt 2, wo du jetzt noch den Betrag eingibst, den du hier überweisen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt mal wieder rüber switchen auf die App, weil ich das gerade über die Webversion gezeigt habe, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, kannst du jetzt hier ebenfalls den Betrag eingeben, den du überweisen möchtest. Standardmäßig sind hier 10 bis 4.999 Euro möglich, du kannst aber auch höhere Beträge überweisen. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass die hier per E-Mail dir nochmal was zuschicken, weil sie einen Vermögensnachweis sehen möchten. Für das Video hier zeige ich das jetzt einfach mal zum Beispiel mit 100 Euro. Das heißt, nachdem du hier 100 Euro eingetragen hast, ist es so, dass normalerweise der Button noch nicht gleich dann verfügbar oder hier in dieser Farbe aufpoppt. Das heißt, du klickst einmal zur Seite, dann wird hier dieser 100 Euro Betrag nochmal korrigiert und dann in diesem Format hier eingegeben. Und dann wird auch dieser Button hier verfügbar. Und dann kannst du da auch draufklicken und erhältst im nächsten Schritt dann auch schon die Überweisungsdaten. Das heißt, du musst jetzt an diese Daten einfach eine ganz normale Überweisung machen. Was hier wichtig ist, ist auf der einen Seite der Empfänger und zwar bist du das selber. Als zweites dann noch die IBAN. Diese kannst du dann hier auch einfach kopieren. Bei vielen anderen Kryptobörsen brauchst du dann oftmals noch einen Referenzcode, damit die das Ganze auch deinem Konto dann zuordnen können. Hier bei BitGeld brauchst du das aktuell nicht. Also wenn hier nichts von einem Referenzcode oder so steht, musst du das bei dir auch nicht in den Verwendungszweck packen. Die könntest dann trotzdem deinem Account zuordnen. Das heißt, wenn du diese zwei Angaben gemacht hast, passt es in der Regel schon natürlich noch den entsprechenden Betrag eingeben und dann auf Ich habe überwiesen draufklicken. Falls du das nicht machst, kann es sein, dass sie dir das Geld zurückschicken. Also da sind die ein bisschen penibel. Das heißt, hier einfach noch draufklicken zur Bestätigung und dann auch den Betrag, den du hier tatsächlich vorhin angegeben hast, auch überweisen. Dann gibt es hier keine Probleme. Das heißt, als nächstes, wenn du Ich habe überwiesen geklickt hast, kommt dann nochmal hier dieses Fenster. Da wird gefragt, hast du auch wirklich das Geld überwiesen? Da klickst du auf OK und dann siehst du auch schon hier im nächsten Schritt, dass die jetzt hier auf dein Geld warten. Das heißt, du kannst die Überweisung auch jetzt erst losschicken natürlich. Und dann ist das sozusagen bei denen registriert und die Überweisung wird auch gut geschrieben. Eine Sache gibt es hier vielleicht noch zu sagen, die du beachten solltest. Und zwar geht das Geld hier nach Estland. Das heißt, bei einigen Banken in Deutschland ist es so, dass die für diese Überweisung eine Auslandsgebühr verlangen, die relativ hoch sein kann. Zum Beispiel bei der Sparkasse irgendwo 10 bis 20 Euro. Wenn du das umgehen möchtest, kannst du dir überlegen, ein Konto wie zum Beispiel N26 zuzulegen. Dort kannst du kostenlos an BitGet das Geld überweisen. Habe ich natürlich selber ausprobiert. Und hast hier ein komplett kostenloses Konto. Das heißt, das Workaround würde so funktionieren, dass du von zum Beispiel deiner Sparkasse erstmal an dieses deutsche Bankkonto N26 das Geld schickst. Mit den ganz normalen Gebühren, die du immer zahlst. Und von N26 dann kostenlos das Geld an BitGet schickst. Bei N26 hast du auch noch die Möglichkeit, dass du hier zum Beispiel eine Echtzeitüberweisung machst. Diese kostet 49 Cent. Ist auch in der Regel günstiger als die meisten anderen Banken. Dann würde das Geld sofort gut geschrieben. Oder zumindest innerhalb weniger Minuten. Und sogar das Ganze am Wochenende und an Feiertagen. Kannst aber auch eine ganz normale Banküberweisung machen, die kostenlos ist. Dann dauert es in der Regel einen Werktag, bis das Geld ankommt. Das Konto hier ist komplett kostenlos. Also keine jährlichen oder monatlichen Gebühren. Kann man also sozusagen auch als Zweitkonto nutzen, falls du da noch keins hast. Und hier hast du auch noch den Vorteil, dass das innerhalb von 20 Minuten eröffnet ist. Also das wäre jetzt kein großes Hexenwerk, das kurz aufzusetzen. Dann kannst du, wie gesagt, das Geld von deinem aktuellen Bankkonto rüberschicken an N26. Und von N26 dann, wie gesagt, hier an BitGet. Dann hast du hier auch nicht diese zusätzlichen Gebühren, die nochmal enorm Rendite kosten würden. Das Konto habe ich dir mal nach unten in die Videobeschreibung reingepackt. Das heißt, da kannst du einfach draufklicken. Dann ist es dann hier auf der richtigen Seite, wo du auch das kostenlose Girokonto dann direkt eröffnen kannst. Wie gesagt, 20 Minuten, dann ist die Sache erledigt. Vielleicht noch kurz beachten, die Masterkarte, die es hier dazu gibt, die kostet, wenn du die physische Version davon haben möchtest, 10 Euro Versandgebühr. Ansonsten kannst du aber auch das Ganze nicht beantragen und einfach die virtuelle Karte nutzen. Über diese funktioniert das meist auch. Kannst du zum Beispiel bei Google Pay hinterlegen und damit dann bezahlen. Wenn du die physische Karte haben möchtest, kostet das Ganze 10 Euro Versandgebühr. Mit der kann man übrigens weltweit gebührenfrei bezahlen. Allerdings nicht weltweit gebührenfrei Geld abheben an Geldautomaten, also außerhalb von Europa. Wenn du da Geld abheben möchtest damit, das würde ich dir nicht empfehlen. Wenn das Geld dann angekommen ist, kannst du dich wieder ganz normal in die App einloggen. Du bekommst dann eine E-Mail-Benachrichtigung, wo die dann schreiben, jo, Geld ist eingegangen. Dann kannst du einfach auch mal nachschauen, indem du hier auf Asset draufklickst. Anschließend hier oben auf Spot. Nachdem die Euro dann hier verfügbar sind, kannst du auch schon loslegen und Kryptowährungen kaufen. Das schauen wir uns jetzt an. Was an der Stelle vielleicht noch gesagt werden muss, dass man mit dem Euro relativ wenig anfangen kann. Denn aktuell kannst du mit dem nur vier verschiedene Währungen kaufen. Kann natürlich noch ein bisschen mehr werden in Zukunft, aber die große Auswahl hast du mit dem Euro selber nicht. Dementsprechend läuft es in der Praxis so ab, dass wenn du die Euro eingezahlt hast, diese erstmal umwandelst in US-Dollar-Tether. Und mit US-Dollar-Tether hast du dann Zugriff auf die aktuell knapp 500 Währungen, die man hier traden kann. Das heißt, du gehst hier einfach mal auf Märkte drauf. Dann siehst du hier alle Handelspaare, die hier verfügbar sind. Dann gehst du hier oben auf Märkte. Ich habe jetzt hier meine Favoritenliste, wo schon einige Handelspaare drin sind. Standardmäßig ist das natürlich leer. Und dann kannst du als nächstes, nachdem du Märkte ausgewählt hast, hier noch Spot auswählen. Bei dem Spot-Markt kaufst du auch tatsächlich echte Kryptowährungen, die du später zum Beispiel auch an andere Wallets oder an andere Börsen verschicken kannst. Der Futures-Markt wäre nur Derivate. Da kaufst du nicht die tatsächlichen Coins. Und hier bei dem Spot-Markt hast du jetzt die Möglichkeit, hier zum Beispiel deine Suche ein bisschen einzuschränken, indem du sagst, du suchst hier direkt nach ein paar Coins. Oder du schränkst das ein, indem du sagst, ich möchte hier zum Beispiel nur die vier Handelspaare mir anzeigen lassen. Und was du hier dann siehst, sind zum Beispiel hier auf der einen Seite die brasilianische Währung, hier unten den Euro und dann hier nochmal ein Stück weiter das britische Pfund. Für uns interessant ist ja hier der Euro. Wie du schon siehst, hast du hier relativ wenige Handelspaare mit dem Euro. Aktuell nur vier Stück, also alle, die hier mit dem Stern markiert sind. Und dementsprechend wandeln wir unsere Euro jetzt erstmal um in US-Dollar-Teller. Weil mit US-Dollar-Teller kannst du dann alle Währungen kaufen. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, um dieses Handelspaar aufzurufen, wäre hier die Suche zu benutzen. Das heißt, du kannst hier einfach mal eingeben, US-Dollar-Teller. Dann siehst du schon, dass jetzt hier dieses US-Dollar-Teller-Euro-Paar angezeigt wird. Da kannst du dann einfach mal draufklicken. Und als nächstes, falls du das möchtest, hier zum Beispiel noch auf den Stern, dann landet dieses Handelspaar auch auf deiner Favoritenliste. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal hier ein Stück zurückgehen, das Ganze jetzt hier abrechnen, dann kannst du in Zukunft hier auch einfach auf Favoriten draufklicken, dann hier auf Spot. Und dann landet hier das US-Dollar-Teller-Euro-Paar direkt ganz oben in deiner Favoritenliste. Dann hast du hier einfach nochmal einen schnelleren Zugriff. Wenn wir jetzt starten wollen und unsere Euro in US-Dollar-Teller umwandeln wollen, klicken wir einfach mal hier auf das Handelspaar drauf. Dann erhältst du jetzt hier auch schon mal einige Informationen, zum Beispiel der aktuelle Preis. Also um einen US-Dollar-Teller zu kaufen, zahlst du aktuell 92 Cent. Der US-Dollar-Teller ist ein Stablecoin, falls du das nicht weißt, der in der Regel immer 1 Dollar wert ist. Also hiermit hättest du sozusagen dein Vermögen in Dollar umgewandelt und mit Dollar kannst du dann später, wie gesagt, alle Coins handeln, die hier auf Bitgeld verfügbar sind. Hier unten hast du jetzt zum Beispiel noch den Chart, den kannst du ein bisschen anpassen, dass du zum Beispiel sagst, jede Kerze. Also du kannst hier auch ein bisschen rein- und rauszoomen, so wie du das auch ganz normal bei Bildern kennst. Und dann kann man hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mir jetzt das Ganze noch ein bisschen konkreter anschauen. Dann kannst du zum Beispiel auch sagen, du stellst es auf 15 Minuten um, dann ist hier jede einzelne Kerze, die du hier siehst, 15 Minuten. Du kannst hier auch zum Beispiel mal auf die Kerzen draufklicken, dann siehst du hier auch nochmal den genauen Zeitpunkt. Also am 21.05.2023 um 22 Uhr bis 22.15 Uhr gab es diese Preisschwankung hier. Du kannst dann auch hier oben dir das nochmal ganz genau anschauen. Also zu welchem Kurs wurde hier diese Candle eröffnet, was war der Hochpunkt, was war der Tiefpunkt und zu welchem Kurs hat diese Candle dann um 22.15 Uhr wieder geschlossen. Das sind also ein paar Informationen, die vielleicht noch für dich relevant sein können. Ansonsten würde ich aber sagen, gehen wir auch schon direkt in den Trade rein. Und zwar, wenn du jetzt deine Euro umwandeln möchtest, klickst du hier einfach auf Kaufen und kannst jetzt hier einfach US-Dollar kaufen mit verschiedenen Order-Funktionen. Du hast hier einmal die Limit Order oder noch die Markt Order. Die Markt Order ist eigentlich die einfachste Order, weil hier gibst du einfach ein, wie viel Euro du investieren möchtest und dann wird dieser Eurobetrag direkt in US-Dollar Tether umgewandelt. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel einfach mal eingeben, du möchtest hier 100 Euro umwandeln, klickst dann einfach hier auf Kaufen und dann wird es sofort zum aktuellen Preis. Hier bei dem günstigsten Verkäufer, weil hier in Rot im Orderbuch sind alle Verkäufer und hier in Grün alle Käufer. Dann kaufst du dem günstigsten Verkäufer hier zu einem Preis von 92,55 diese US-Dollar Tether ab. Genauso gibt es aber auch noch zum Beispiel die Limit Order. Bei der Limit Order gibt es ein paar Vorteile, aber natürlich auch ein paar Nachteile. Und zwar ist es so, dass die Limit Order nicht sofort ausgeführt wird, so wie die Markt Order, sondern hier kannst du den Preis selber bestimmen und musst dementsprechend warten, bis dann dieser Preis auch erreicht wird und dann wird auch erst die Order umgewandelt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt hier kaufen, aber den Preis selber festlegen, dann kannst du hier einfach mal bei den Käufern dich einreihen. Also hier kannst du dann selber sozusagen teilnehmen in dem Orderbuch und sagen, okay, ich möchte, dass es relativ schnell durchgeht und dementsprechend ordne ich mich hier relativ weit oben an, dass ich einer der meistbietenden bin. Dann kannst du zum Beispiel sagen, so, ich möchte jetzt hier diesen Preis nutzen. Dann kannst du den einfach mal anklicken, dann wird es automatisch hier ausgefüllt. Gibst jetzt noch an, welchen Betrag du investieren möchtest. Da kannst du zum Beispiel hier unten bei Euro einfach das entsprechend eintragen, auch wieder diese 100 Euro. Dann würdest du, wenn du eben zu diesem Preis, den du hier angewählt hast, das Ganze kaufen würdest, 108 US-Dollar-Tether ungefähr erhalten. An diesem Mal ist es so, dass wenn du jetzt auf kaufen klickst, das nicht sofort umgesetzt wird, sondern gewartet wird, bis dieser Preis erreicht wird. Und erst wenn der Preis erreicht wird, wird dann dieser Order ausgeführt. Das heißt, Nachteil an der Geschichte ist, dass du länger warten musst. Der Vorteil an der Geschichte ist aber, dass du einen besseren Preis erzielen kannst, weil du da nicht sofort jetzt kaufen musst, sondern sagst, okay, wenn hier der Preis sowieso die ganze Zeit ein bisschen schwankt, dann bringe ich ein bisschen mehr Zeit mit und bekomme dafür, weil der Preis dann wieder ein Stück wahrscheinlich runter geht in den nächsten Minuten, einfach einen besseren Preis. Ein weiterer Vorteil an der Limit Order ist natürlich auch noch, dass du nicht dem günstigsten Verkäufer das Ganze hier abkaufen musst, sondern dich hier bei den Käufern selber einreihen kannst. Und dementsprechend sparst du dir den sogenannten Spread. Der Spread ist der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis. Dementsprechend würdest du jetzt hier konkret in diesem Fall 0,0002 Cent dir sparen, nur weil du eine Limit Order setzt, weil es hier, wie gesagt, diesen Spread dann nicht mehr gibt, den du noch zusätzlich zahlst. Eine weitere Sache, die bei der Limit Order auch noch ein Vorteil ist, dass du hier besonders, wenn du große Summen hier handelst, auch noch das Ganze absichern kannst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel hier 100.000 Euro auf einmal umwandelst, dann siehst du, dass zu diesem Preis von 2,955 gar nicht so viel Geld verfügbar ist. Aktuell nur ungefähr 31.000 US-Dollar Tether. Das heißt, du würdest, weil das ja sofort bei der Marktorder umgesetzt wird, nicht nur zu diesem Preis hier diese 30.000 Dollar kaufen, sondern auch noch zu diesem Preis hier von 2,956 nochmal 20.000. Und weil damit ja die 100.000 immer noch nicht erreicht sind, würdest du hier bis hier oben alles aufkaufen. Und dementsprechend erhältst du einen schlechteren Durchschnittspreis. Also du würdest zu diesem Preis, zu diesem Preis, zu diesem Preis und auch zu diesem Preis kaufen. Und dementsprechend ist dann der Durchschnittspreis wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte. Bei der Limit Order kannst du sagen, ich möchte aber nur für diesen Preis kaufen. Und dementsprechend wird dann auch tatsächlich nur zu diesem Preis das Ganze umgesetzt. Wenn der Preis wieder hochgehen sollte, wird auch dann nicht mehr das Ganze umgewandelt, sondern wieder gewartet, bis der Preis ein Stück runter geht und dann wird das Ganze erst umgesetzt. Natürlich ist es so, dass bei Handelspaaren, wo relativ wenig gehandelt wird, das auch ein bisschen länger dauern kann. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn der Preis erreicht wird, sofort die 100.000 Euro umgewandelt werden bei so einem hohen Betrag, sondern es wird dann stückchenweise einfach nach und nach abgearbeitet, so wie eben gerade die Verkäufer lustig sind, hier an dich das Ganze zu verkaufen, ihre US-Dollar Tether. Um das an der Stelle vielleicht mal noch kurz beispielhaft zu zeigen mit der Limit Order, mache ich jetzt hier mal einen Beispiel-Trade und zwar mache ich jetzt hier einfach mal für 90 Cent das Ganze rein, weil ich das Ganze jetzt natürlich nur beispielhaft hier zeigen möchte und nicht tatsächlich das Ganze jetzt umwandeln möchte. Nachdem ich jetzt hier das eingetragen habe, muss ich jetzt hier nochmal den Euro-Betrag anpassen. Was man an der Stelle auch noch machen kann, ist, dass man hier zum Beispiel diesen Schieberegler benutzt. Also mit dem kannst du jetzt auch noch hier rumspielen und das Ganze ein bisschen verschieben. Wenn du es zum Beispiel hier auf die Mitte stellst, dann wird von deinem aktuell verfügbaren Euro-Guthaben 50% hier automatisch eingetragen. Also ich klicke hier einfach mal drauf und siehst du schon, wird hier genau die Hälfte meines verfügbaren Euro-Guthabens eingetragen. Ich mache das jetzt aber mal manuell, das heißt, ich mache jetzt einfach 100 Euro rein und klicke jetzt hier auf Kaufen. Als nächstes bekommst du jetzt hier nochmal eine Bestätigungsseite, wo nochmal alles dir kurz gezeigt wird, ob das auch für dich passt. Also hier würdest du jetzt für 90 Cent 100 Euro umwandeln in US-Dollar-Tether und würdest, wenn man hier diesen Preis jetzt ansetzt, 111 US-Dollar-Tether erhalten. Also wenn das für dich passt, klickst du dann einfach hier auf Bestätigen und dann siehst du auch schon, dass das erfolgreich aufgegeben wurde. Wenn du jetzt ein Stück runter scrollst, siehst du nämlich, dass jetzt hier eine offene Order vorhanden ist mit diesem Kaufauftrag. Das heißt, wenn der Preis von 90 Cent erreicht wird, dann werden hier 111 US-Dollar-Tether gekauft mit meinem 100 Euro, die ich hier benutzen möchte. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ist vielleicht doch ein bisschen tief gegriffen, die 90 Cent werden wahrscheinlich nicht zeitnah erreicht, dann kannst du auch hier einfach nochmal auf Abbrechen draufklicken. Dann wird diese Order auch wieder storniert und dann kannst du nochmal eine neue Order aufgeben. Eine weitere Sache, die vielleicht hier noch zu sagen ist, ist, dass diese 100 Euro natürlich so lange jetzt auch reserviert sind, solange diese offene Order auf ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel Geld abheben möchtest von BitGet an dein Bankkonto zum Beispiel wieder, dann sind diese 100 Euro so lange reserviert, bis die Order entweder umgesetzt wurde und du dann US-Dollar-Tether erhalten hast oder bis du diese Order wieder storniert hast. Ansonsten, wenn du zum Beispiel Geld abhebst, kannst du auf diesen 100 Euro Betrag nicht zugreifen, weil der ja gerade gefangen ist in dieser Order und dann hier auch im Orderbuch drinsteht, dass, wenn der Preis erreicht wird, dieser Tausch auch tatsächlich ausgeführt werden kann. Nachdem der Trade dann ausgeführt wurde, kannst du unten hier auf Assets draufklicken und das Ganze prüfen, indem du hier mal auf Spot draufklickst, dann hier in deiner Vermögensübersicht ein Stück runterkreuzen und sollte hier bei US-Dollar-Tether der entsprechende Betrag auch dort stehen, den du dann gekauft hast. Und wenn du die US-Dollar-Tether jetzt verfügbar hast, kannst du jetzt auch loslegen und alle möglichen anderen Coins damit kaufen. Das heißt, du kannst hier wieder auf den Markt draufklicken und zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel den Bitgeld-Token kaufen, das ist hier der hauseigene Coin. Den kann man zum Beispiel kaufen, um seine Gebühren um 20% zu reduzieren. Das heißt, wenn du hier Bitgeld-Tokens verfügbar hast und es auch noch aktiviert hast, indem du bei deinem Profil hier oben mal draufklickst auf der Startseite und dann hier unten ausgewählt hast, Gebühren mit BGB-Zahlen, also das Ganze sollte aktiviert sein, dann sparst du eben hier 20%, weil dann in Zukunft die Gebühren nicht mehr in dem normalen Coin, in dem abgerechnet wird, abgezogen werden, sondern von deinem BGB-Guthaben abgezogen werden und wenn das eben vorhanden ist, dann wird das Ganze damit bezahlt und dadurch sparst du hier 20% der Gebühren, das mal nur am Rande. Wenn du jetzt beispielhaft diesen Bitgeld-Token kaufen möchtest, um zum Beispiel auch die Gebühren zu reduzieren, kannst du folgendermaßen vorgehen, indem du hier oben einfach mal danach suchst oder vielleicht das Handelspaar auch hier auf Märkte dann schon automatisch findest. Der einfachste Weg ist einfach, indem du hier oben das suchst, da musst du aber beachten, dass du immer die Abkürzung des Coins suchst. Also du kannst jetzt nicht hier einfach Bitgeld eingeben, dann findest du nichts, sondern du musst die Abkürzung in dem Fall BGB suchen. Das heißt, hier geben wir einfach mal BGB ein, dann siehst du hier auch jetzt alle Spot-Ergebnisse, da kannst du draufklicken und siehst jetzt, man kann das sogar theoretisch mit Euro direkt kaufen, das ist aber eine der ganz wenigen Coins, die man auch direkt mit Euro kaufen kann, ansonsten mit US-Dollar-Tether. Ein weiterer Vorteil, wenn du es mit US-Dollar-Tether kaufst, dass du hier einfach eine höhere Liquidität hast, das heißt, du bekommst hier in der Regel einen besseren Preis und der Kauf wird auch schneller durchgeführt, weil hier einfach viel mehr Volumen gehandelt wird, als jetzt zum Beispiel bei dem Euro-Handelspaar. Das heißt, du klickst dann hier einfach auf das BGB US-Dollar-Tether-Handelspaar drauf, landest jetzt wieder hier auf dieser Übersichtsseite, wo du den aktuellen Preis siehst, du siehst das Ganze dann hier unten auch nochmal umgerechnet in Euro, falls du am Anfang die App auf Euro umgestellt hast. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist mit den gerade gekauften US-Dollar-Tether jetzt zum Beispiel den BitGate-Token zu kaufen, um hier in Zukunft die Gebühren nochmal um 20% zu drücken. Das heißt, du kannst hier einfach wieder auf den Kaufen-Button klicken, so wie auch vorhin bei dem Euro-US-Dollar-Tether-Umwandlungsschritt. Und hier können wir jetzt genauso vorgehen. Damit das jetzt ein bisschen effizienter durchläuft, machen wir das jetzt hier nicht über die Limit Order, wo du den Preis wieder selber festlegen kannst, sondern zum Beispiel einfach über die Marktorder. Das heißt, du klickst hier drauf, sagst dir, okay, ich möchte hier zum Beispiel 100 US-Dollar-Tether investieren, klickst dann anschließend auf Kaufen und dann wird hier vom günstigsten Verkäufer diese 100 Dollar abgekauft. Anschließend kannst du dann wieder hier unten auf Assets draufgehen, dann hier wieder auf deine Spot-Übersicht und hier dann einfach nachschauen, ob entsprechend der BitGate-Token hier bei dir im Wallet nun gelandet ist. Jetzt machen wir noch kurz das Ganze natürlich rückwärts, damit du das auch noch verstehst. Also wenn du zum Beispiel deinen Coin gekauft hast und diesen aber wieder verkaufen möchtest und auch in Euro haben möchtest, funktioniert das Spiel einfach rückwärts. Das heißt, du kannst wieder hier unten auf den Markt draufgehen, dann den entsprechenden Coin hier einfach suchen. In dem Fall zum Beispiel jetzt wieder der BitGate-Token. Klickst du hier auf das Handelspaar mit US-Dollar-Tether drauf. Dann werden wir jetzt zuerst unsere BitGate-Token in US-Dollar-Tether verkaufen und anschließend die US-Dollar-Tether in Euro umwandeln. So wird das Ganze also rückwärts laufen. Ich zeige es jetzt auch mal noch konkret. Den du hier dann statt dem Kaufen einfach den Verkaufen-Button auswählst. Dann siehst du, es ist auch hier oben ausgewählt. Du könntest auch hier schon den Switch machen zwischen Kaufen und Verkaufen. Dann wählen wir jetzt, um das Ganze wieder ein bisschen schneller zu zeigen, einfach die Marktorder aus, wo du jetzt einfach nur eintragen musst, wie viel BitGate-Token möchtest du denn verkaufen. Da machen wir zum Beispiel 100 BitGate-Token möchte ich verkaufen. Wenn du jetzt hier auf Verkaufen draufklickst mit der Marktorder, dann wird sofort an den besten Käufer hier zu diesem Preis in dem Fall diese 100 BitGate-Token verkauft. In dem Fall würdest du dann ungefähr 48 US-Dollar-Tether erhaltener. Und im nächsten Schritt, wenn du sie erhalten hast, kannst du es wieder kurz prüfen, indem du hier auf Assets draufklickst und dann prüfst, ob entsprechend das US-Dollar-Tether-Guthaben, in dem Fall diese 48 Dollar, hier verfügbar sind. Und wenn die US-Dollar-Tether verfügbar sind, können wir jetzt diese auch nochmal umwandeln in Euro, indem du jetzt wieder auf den Markt gehst. Hier oben jetzt diesmal US-Dollar-Tether wieder suchst und dann hier das US-Dollar-Tether-Europaar auswählst. Diesmal wollen wir unsere US-Dollar-Tether verkaufen, um wieder Euro zurückzuerhalten. Das heißt, wir wählen hier wieder die ganz normale Marktorder, um es jetzt wieder schneller zu zeigen, damit es sofort verkauft wird. Und dann kannst du hier zum Beispiel eintragen, ich möchte jetzt meinen 48 US-Dollar-Tether, die ich gerade erhalten habe, jetzt sofort verkaufen. Dann klickst du hier auf Verkaufen von US-Dollar-Tether und dann wird hier dem bestbezahlten Käufer diese US-Dollar-Tether verkauft, sodass du Euro zurückerhältst. Das heißt, wenn du dann hier unten rechts wieder auf Assets draufklickst, sollte dann hier entsprechend der Euro-Betrag verfügbar sein. Und wie du den dann später auszahlen kannst an deine Bank, zeige ich dir dann im letzten Schritt noch. Wir gehen jetzt zuallererst mal noch darauf ein, wie du hier auch Coins, die du gekauft hast, zum Beispiel verschicken kannst an andere Wallets oder an andere Börsen. Das Ganze zeige ich dir jetzt mal anhand des US-Dollar-Tether, weil man hier relativ viele Möglichkeiten aufzeigen kann. Und zwar kannst du den einfach, wenn du hier unten auf Assets gehst, dann hier auf Spot draufklickst, einfach mal Suchende, anschließend hier dann draufklicken und hier dann einfach auf dieser Übersichtsseite mal hier unten auf Auszahlung draufklicken. Anschließend bekommst du jetzt hier eine Übersichtsseite, wo du noch verschiedene Angaben machen musst, zum Beispiel über welche Blockchain oder über welches Netzwerk möchtest du diese denn verschicken, an welche Adresse möchtest du es verschicken, welchen Betrag möchtest du verschicken, das musst du hier alles auswählen. Als erstes beginnen wir hier mal mit der Blockchain, beziehungsweise mit dem Netzwerk, über das du verschicken möchtest. Da kannst du einfach mal draufklicken. Standardmäßig läuft es über das Ethereum-Netzwerk, weil der US-Dollar-Tether ein ERC20-Coin ist, aber du kannst es auch theoretisch über andere Netzwerke verschicken, wenn der Empfänger diese auch unterstützt. Dementsprechend, wenn man jetzt hier mal auf die Gebühren schaut, siehst du schnell, dass hier über das Standard-Netzwerk, und zwar über das Ethereum-Netzwerk, die Gebühren eigentlich am höchsten sind. Also in dem Fall jetzt hier 3 Dollar. Wenn du es zum Beispiel über das Dron-Netzwerk verschickst, kostet es nur 1 Dollar. Dementsprechend lohnt es sich zu gucken, welche Netzwerke der Empfänger auch unterstützt. Und dann kannst du zum Beispiel gucken, wenn du zum Beispiel auch das Dron-Netzwerk unterstützt, dass du es darüber verschickst, weil das Ganze funktioniert genauso und kostet aber weniger Gebühren. Wenn du jetzt bei deinem Empfänger gar keine Netzwerke zur Auswahl hast, dann läuft es immer über das Standard-Netzwerk, in dem Fall hier das Ethereum-Netzwerk. Also dann einfach auch hier das Ethereum-Netzwerk auswählen, beziehungsweise einfach die Standard-Blockchain, die hier ausgewählt ist, lassen. Zum Beispiel auch bei den Bitcoin, wenn du diesen verschickst, einfach über das ganz normale Bitcoin-Netzwerk das Ganze machen und nicht über irgendwelche anderen Netzwerke, weil in der Regel werden hier immer mehrere Netzwerke ausgegeben, aber die meisten funktionieren dann nicht, weil der Empfänger eben nicht alle Netzwerke unterstützt. Ich zeige es jetzt mal, wie gesagt, über das Dron-Netzwerk, wenn du an eine andere Kryptobörse verschicken würdest, und zwar zeige ich dir das jetzt mal beispielhaft an Binance. Dafür habe ich mich jetzt auch einfach mal in der Binance-App eingeloggt. Hier hast du ein ähnliches Menü wie bei BitGet. Hier unten gehst du einfach auf dein Wallet, dann hier oben auf deinen Spot, um deine ganzen Coins zu sehen, suchst hier nach US-Dollar-Tether, kannst hier dann anschließend draufklicken. Und um jetzt deine US-Dollar-Tether von BitGet an Binance zum Beispiel zu schicken, gehst du bei Binance hier einfach auf Deposit für Einzahlung und musst jetzt hier auf der Einzahlungsseite bei Binance noch das Netzwerk auswählen. Das heißt, du klickst hier einfach noch auf Network drauf und hast jetzt hier eben auch verschiedene Netzwerke, die unterstützt werden. Was jetzt hier auffällt, ist zum Beispiel, dass jetzt hier auch das Dron-Netzwerk unterstützt wird. Das heißt, wir können theoretisch nicht das Ganze über das Ethereum-Netzwerk verschicken, weil es hier teurer ist, sondern über das Dron-Netzwerk, weil es auch von Binance hier beim Empfangen unterstützt wird. Das heißt, du wählst hier einfach zum Beispiel das Dron-Netzwerk aus und bekommst dann im nächsten Schritt jetzt hier eine Dron-Empfangsadresse generiert. Und diese Netzwerkadresse kannst du jetzt einfach hier kopieren in die Zwischenablage, gehst dann als nächstes wieder rüber in die BitGet-App und kannst jetzt, nachdem du hier das Dron-Netzwerk ausgewählt hast, hier unten bei Abhebungsadresse, also die Adresse, wo dann die Coins hingeschickt werden, diese Adresse von Binance hier einfach eintragen. Als nächstes gibst du noch hier den Betrag an, den du an US-Dollar-Teller verschicken möchtest. Du kannst auch, wenn du alles verschicken möchtest, auf alles klicken. Hier unten siehst du immer, wie viel US-Dollar-Teller du gerade verfügbar hast. Und wenn das alles passt, klickst du hier nur noch auf Versenden. Was an der Stelle bei deiner ersten Übertragung noch aufpoppen wird, ist diese Erinnerung, dass du noch ein Fonds-Kennwort festlegen musst. Das ist ein Sicherheitsfeature, dass wenn du in Zukunft hier eben Auszahlungen machst und sich jemand reinhacken sollte, nicht einfach deine Coins an sein eigenes Word-App verschicken kann, sondern hier auch nochmal ein Sicherheitsmechanismus dazwischen ist, sodass selbst wenn sich jemand bei dir reinhackt, deine Coins nicht einfach verschicken kann. Dementsprechend musst du dieses Fonds-Kennwort noch festlegen. Das heißt, du klickst hier einfach auf Satz drauf und dann ist es auch schon auf der Seite, wo du dieses Fonds-Kennwort festlegen kannst. Das heißt, du musst dir einfach gucken, dass du hier die entsprechenden Angaben, die gefordert sind, benutzt. Das heißt, 8 bis 32 Zeichne. Und auch gucken, dass du hier eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen verwendest. Wenn das gemacht ist, musst du das Fonds-Kennwort einfach hier nochmal erneut eingeben zur Bestätigung und dann auf Senden klicken. Als nächstes musst du das Ganze jetzt noch verifizieren, indem du hier einmal deine E-Mail-Verifizierung machst, indem du hier auf Senden klickst. Dann bekommst du eine E-Mail mit einem Bestätigungscode und auch hier noch die mobile Verifizierung. Dann bekommst du einen SMS-Code geschickt. Diese beiden Codes gibst du hier dann einfach ein und klickst dann auf Bestätigen. Dann ist auch schon dieses Fonds-Kennwort hier aktiviert, sodass du diese US-Dollar-Tether-Auszahlung auch machen kannst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Falls auch hier diese Codes nicht ankommen, kannst du hier nach 60 Sekunden, nachdem das abgelaufen ist, auch nochmal diese Codes erneut anfordern. Beim zweiten oder dritten Mal funktioniert es in der Regel immer, dass die dann ankommen. Dementsprechend das noch als kleiner Hinweis, falls du hier ein paar Probleme hast. Nachdem dann, wie gesagt, dieses Fonds-Kennwort beim allerersten Mal jetzt auch festgelegt wird, hast du in Zukunft hier keine Probleme mehr. Das heißt, wenn du in Zukunft dann hier eine Auszahlung von Kryptowährungen machst und dann hier auf Senden geklickt hast, wird dann als nächstes noch dein Fonds-Kennwort abgefragt und dann werden im nächsten Schritt die Coins auch in dem Fall jetzt hier von Bitgeld an Binance verschickt. Ähnlich oder fast genauso läuft eben der Prozess auch für alle anderen Kryptowährungen ab. Also du kannst natürlich auch sämtliche andere Kryptowährungen hier zum Beispiel auch noch auf dieser Seite hier auswählen. Wie gesagt, einfach darauf achten, dass du bei dem Netzwerk das Richtige auswählst. Also wenn du nicht weißt, welches Netzwerk du auswählen sollst, lässt du einfach das Standardnetzwerk. Ansonsten kannst du das natürlich, wie gesagt, auch selber hier bestimmen. An der Stelle gucken wir uns jetzt noch an, wie das Ganze natürlich auch rückwärts läuft, also wie du hier auf Bitgeld auch Coins empfangen kannst. Das machen wir wieder anhand des US-Dollar-Teller. Das heißt, wir starten wieder in unserem Wallet, indem du hier auf Assets unten im Menü draufklickst, dann hier oben auf Spot in deiner Vermögensübersicht landest, hier dann wieder nach US-Dollar-Teller suchst. Wenn du dann hier gefunden hast, einfach da draufklickst und anschließend hier in dieser Übersichtsseite von dem jeweiligen Coin hier unten einfach auf Einzahlen draufklickst. Als nächstes musst du jetzt hier noch das Netzwerk auswählen, also über welches Netzwerk möchtest du die Coins empfangen. Das heißt, du klickst hier auf Netzwerk wählen drauf. Und da wir ja vorhin schon gesehen haben, dass zum Beispiel das Dron-Netzwerk einfach günstiger ist als das Ethereum-Netzwerk, kannst du auch hier beim Empfang zum Beispiel wieder das Dron-Netzwerk auswählen. Allerdings funktioniert es nur, wenn der Versender auch das Dron-Netzwerk unterstützt. Dementsprechend das vorher noch abklären und prüfen. Und dann kannst du hier auch getrost das Dron-Netzwerk auswählen. Falls du nicht weißt, welches Netzwerk dein Versender benutzt, kannst du dann natürlich nachfragen, falls es eine andere Person ist. Oder falls beim Versenden kein Netzwerk auswählbar ist, dann ist es immer das Standard-Netzwerk, in dem Fall bei US-Dollar-Tether das ERC20, also Ethereum-Netzwerk. Nachdem das dann ausgewählt ist, bekommst du auch schon im nächsten Schritt jetzt hier deine Einzahlungsadresse. Also hier kannst du jetzt US-Dollar-Tether empfangen, wenn die über das Dron-Netzwerk an dich verschickt werden. Das heißt, diese Adresse kannst du einfach kopieren oder auch zum Beispiel diesen QR-Code scannen. Dann wird auch diese Adresse automatisch bei der jeweiligen anderen App dann eingetragen. Und um das Ganze jetzt noch vollständig zu zeigen, zeige ich dir das jetzt wieder hier anhand der Binance-App als Counterpartie. Das heißt, wir gucken jetzt an, wie könntest du von Binance an BitGuard US-Dollar-Tether verschicken. Das heißt, hier läuft es jetzt ähnlich ab. Wir gehen unten im Menü auf Wallet, dann hier oben auf Spot und im Spot Wallet suchen wir nach US-Dollar-Tether, klicken das Ganze an und klicken jetzt diesmal hier auf With Struggle, weil wir ja hier von Binance US-Dollar-Tether auszahlen wollen an BitGuard. Das heißt, wenn du da draufklickt hast, musst du jetzt als nächstes hier noch draufklicken, hängen auf, dass du das über das Krypto-Netzwerk verschicken möchtest und nicht hier an andere Binance-User. Nachdem das gemacht ist, kannst du jetzt hier auf dieser Seite deine US-Dollar-Tether von Binance an BitGuard schicken, indem du jetzt hier die Adresse von BitGuard, die du vorhin kopiert hast, hier einfach einfügst. Als nächstes dann hier noch das Netzwerk auswählst, über das du verschicken möchtest. Das heißt, in dem Fall wählst du hier das Dron-Netzwerk aus, weil wir haben ja bei BitGuard eine Dron-Empfangsadresse generiert. Das heißt, du musst auch hier über das Dron-Netzwerk verschicken. Das heißt, du wählst hier einfach das Dron-Netzwerk aus, kostet in dem Fall auch nur 1 Dollar. Nachdem das dann auch noch ausgewählt ist, kannst du hier jetzt noch die Menge, die du an US-Dollar-Tether verschicken möchtest, hier eintragen und dann anschließend einfach auf With Struggle klicken und schon werden die US-Dollar-Tether von Binance jetzt hier bei BitGuard eingezahlt. Genauso funktioniert es natürlich auch, wenn du das von anderen Wallets machst oder auch bei jeder anderen beliebigen Kryptowährung. Beim Bitcoin zum Beispiel würde ich hier auch an der Stelle wieder empfehlen, dass wenn du hier Bitcoin einzahlst und die zum Beispiel auf deinem Hardware-Wallet vorher liegen hattest, dass du hier beim Netzwerk einfach wieder das Standard-Bitcoin-Netzwerk auswählst beim Empfangen, weil der Versender meistens seine Bitcoin auch über das Bitcoin-Netzwerk verschickt. An der Stelle gucken wir uns zuletzt jetzt noch an, wie du deine Euro auch wieder auszahlen kannst auf deinem Bankkonto. Das Ganze funktioniert so, indem du hier in deiner BitGuard-App unten im Menü auf Assets draufklickst, dann hier wieder auf Spot, dann siehst du hier deine ganzen Vermögenswerte in deinem Spot-Wallet und hier kannst du einfach mal nach Euro suchen und dann hier entsprechend, wenn du es gefunden hast, auf die Euro-Zeile draufklicken. Alternativ könntest du auch hier auf Auszahlung klicken. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Euro draufgeklickt hast, dann ist du hier auf dieser Übersichtsseite und könntest jetzt hier für die Euro-Auszahlung einfach hier unten auf Auszahlung draufklicken. Dann landest du hier auch schon auf der Fiat-Auszahlung-Seite. Du siehst, Euro ist schon automatisch ausgewählt. Hier auch die SEPA-Banküberweisung verfügbar. In dem Fall ist sie nicht so wie bei der Einzahlung kostenlos, allerdings hier bei der Auszahlung nur 50 Cent, was aus meiner Sicht auch noch auf jeden Fall vertragbar ist. Wenn das dann ausgewählt ist, klickst du einfach auf Weiter. Und kannst jetzt hier auf der nächsten Seite auch schon bestimmen, wie viel Geld du auszahlen möchtest. Du siehst hier 10.000 bis 50.000 Euro, könntest du hier am Stück auszahlen. Du siehst, wie viel Geld du hier verfügbar hast. Bei mir sind es jetzt gerade 2,60 Euro, die in dem Fall hier verfügbar wären. Und hier unten wählst du jetzt noch aus, an welches Bankkonto du denn das Geld verschicken möchtest. Hier ist es jetzt so, dass alle Bankkonten, von denen du an BitGet Geld geschickt hast, hier automatisch gelistet werden. Falls du jetzt hier ein Bankkonto zum Beispiel nutzen möchtest für die Auszahlung, von dem du bisher noch nicht eingezahlt hast, hier auf BitGet, kannst du das auch hier manuell hinzufügen, indem du hier draufklickst und dann einfach die Kontodaten hier einträgst. Also Name des Kontoinhabers sollte auf jeden Fall auf deinen Namen laufen. Also an andere Personen kannst du es nicht auszahlen. Dann hier noch die IBAN und dann hier noch einen Eigentumsnachweis für das Konto. Ein Beispiel, was du hier nutzen könntest, wäre zum Beispiel einfach ein Screenshot von deinem Internetbanking oder eine Kopie deines Kontoauszuges, den du hier dann einfach hochlädst. Das Ganze wird dann als nächstes ungefähr einen Arbeitstag dauern, bis sie das Ganze prüfen. Dann ist das Konto hier auch automatisch hinterlegt, wenn du hier hinzufügen draufgeklickt hast. Wenn du darauf aber keine Lust hast, kannst du auch einfach eine Überweisung, die ist ja aktuell kostenlos, einfach eine kleine Überweisung von diesem Konto, wo du es empfangen möchtest, hier an BitGet machen. Dann ist das Konto hier automatisch hinterlegt. Dann wählst du das Konto aus, du siehst dann entsprechend hier immer die IBAN und kannst somit die verschiedenen Konten brennen und genau identifizieren. Und wenn du das dann eben ausgewählt hast, das Konto, an das du auszahlen möchtest, klickst du als nächstes hier auf Weiter, musst dann im nächsten Schritt das Ganze nochmal verifizieren. Dann bekommst du dann einen E-Mail-Code nochmal wahrscheinlich geschickt oder einen SMS-Code. Und nachdem dieser dann eingetragen ist und das Ganze bestätigt ist, wird das Geld dann auch innerhalb, je nachdem, was deine Bank unterstützt, innerhalb von wenigen Minuten oder auch innerhalb von circa einem Werktag zurückgeschickt an dein Bankkonto. Also wenn zum Beispiel deine Bank SEPA instant unterstützt, wie zum Beispiel N26, das ich vorhin schon erwähnt habe, dann ist das innerhalb kürzester Zeit zurück. Ansonsten, wenn deine Bank das nicht unterstützt, dann dauert es ungefähr einen Werktag und dann ist das Geld auch zurück auf deinem ganz normalen Bankkonto. So, damit sind wir auch schon fertig mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat und einen Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben lassen, mit den Freunden teilen, falls sie ebenfalls hier einen Mehrwert rausziehen würden. Und falls du keiner dieser Videos mehr verpassen möchtest, kannst du natürlich noch gerne den Kanal abonnieren, kostenlos. Ansonsten noch viel Erfolg und bis dann. Ciao. 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 Ciao.